Herzlich Willkommen Leute zu einer neuen Folge Player Notes Battlegrounds Der Curry und ich haben beschlossen mal abseits zu fliegen und seht mal an Ja klar Es ist schon die Halsarmee, ist wieder am Start Wir haben immer wieder 5.000 Leute am Arsch, so wie ihr das gehört Ey Curry, das ist doch kein Thema So, wir landen mal und wir machen die kaputt, okay? Was ist der jetzt bei mir an der Hütte? Das ist mein Haus, Mann Der Verdi hat immer gesagt, der hat keine Lust mehr Oh Gott, da fliegen zwei Leute am selben Haus hin, seid ihr wahnsinnig oder was? Ist hier einer drin? Curry, da Junge Ich hab ne M16 Ja geil, dann baller die da in der Ecke weg die beiden da Die sind deine Hütte Wo? Ich glaube bei mir ist jetzt noch einer hin Zu mir wird noch einer hinterher Bring den mal mit ins Haus Da, oh Alter ich bin fast tot Verarschen Boah Ah Ah Ich hab schon als Deck gelootet, was soll denn die Scheiße Komm zu mir hier hier hier, komm her, komm her Warum? Hier ist der AKM, Alter Wobei die brauche ich, ich hab sonst keine Waffe Komm her, hier ist eine Pistole Ne, nein, nein, hier ist der M4, äh M16, komm her, komm her Ja Bei mir komm her, komm her Boah ich brauch unbedingt Healing, Alter, ohne Witz Hab ich hier hingelegt, Curry Oder warte, ich geb dir die AKM, du kannst damit besser spielen Also im großen Gebäude ist ein Ding für uns hier Hast du irgendwas zum Hallen? Nein Ich hab ne Pfanne Junge, ich bin, ich bin, oh hier ist ein Energy Drink, ey, dann hab ich es ja schon geschafft Oh, da ist die Dreckzau Wo? Da oben An der, an der, an der, an der, an der Treppe, an der Treppe, 300 Grad, 300 Grad Ok Ja Hast du ihn? Ausgenockt Ja Ist er tot? Ja Digga Die Dreckzau ist tot Dann ist mein Junge, Alter Dann ist mein Junge Aber der war nicht direkt tot, ne? Der war irgendwie angehittet da Okay, lass mal verpissen hier, das ist nicht gut, ey Nein, 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 wir bleiben hier, Junge Was willst du denn hier, ist doch nix? Ja, wir looten den Harry erstmal da oben jetzt Der hat doch gar nix gehabt, Alter Ich brauch Healing, Alter, ich bin, guck mich mal an Ich glaub hier in der Hütte ist direkt einer drin, kann das sein? Alter, ich komm Er ist doch nicht umsonst hier Er ist doch nicht umsonst hier direkt drinnen gerannt Hier in dem Haus? Ja, ich mein schon Hier, ich hab nen Energy Drink, kannst du gleich reinballern Ja, hinten ist auch die Tür auf, Alter Hier, warte, hier, zack Ey, das waren grad wieder so richtig unfähige Spieler, ne? Ich hatte 1% HP und hab dennoch beide geholt, Alter Ohne Witz Die waren einfach nervös, die haben sich erschrocken, Mann Komm, wir gehen's nach oben, die Drecksauter Wir füßen die Rücke Boah, Empiri, geil Boah, Empiri, geil Bist du umbad? Weiß ich nicht So ne Schrotwinde Nee, dass der Harry irgendwo hier sitzt Oh, das ist da, Alter Hast du die Tür aufgemacht? Ah! Okay, da ist er Nee Da war ich Bist du behindert, Magge, Alter? Ich steig grad Ich steig grad Ich steig grad, was ist da los, Alter War noch AKM-Money, ich hab nix, ey Ich kann dir was geben Ich hab noch 15 Schuss, komm her Und ein Rucksack Liegt hier Oh, so viel Lude Junge, ey Ballert der da rum in der Bude, Alter Hier ist Schufe 2 bestätigt Ja, geben wir Ja, nein, nein, nein Jetzt war vorbei da Ah, ich geh wieder raus Okay Das ist schon mal ein guter Start Alter, da war ein bisschen Da war ein bisschen Oh, guck mal hier Lol Äh Willst du ne M16 haben? Nee Okay Kurz und bündig, nein So Lass mal noch das Hochhaus Checken Jetzt machen wir uns nen schönen Tag Ja, der war da drinnen auf jeden Fall, ne Also der, der kam da, der kam da raus Das weiß ich Also was mich stutzig macht Der ist halt alleine hier rumgerannt Sein Teammate ist irgendwie sonst wo Ja, der hängt da wahrscheinlich drin, pass auf Ich sag dir das Wie so ein Puppel in der verkusteten Nase Also der war da alleine nur drin Wo ist denn die Leiche von dem Typen? Ja, die lag ja vorne da, wo wir den getötet haben Oh Gott, Moped Das ist bestimmt sein Freund, Mann Das ist sein Freund Ne, nicht schieß, warum schießt du denn jetzt ja der weiter Der ist alleine, nein, 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 der ist alleine Ja doch, der verpisst sich doch jetzt, Alter Hab ihn ausgenockt Liegt ja jetzt mitten auf dem Feld da Nein, 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 nein der ist ausgenockt, warte Oh mein Gott, Alter, wir sind alle tot Wo ist er denn? Der liegt ja einfach auf dem Feld, Junge Oh, das hat fällt. Ah, da, ich seh's, Mann. Lass, 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 lass. Vielleicht kommt einer und will den wiederbeleben. Was ist los mit dem, ist der, ist der Garten? Im Blutrausch, Alter. Er geht jetzt ernsthafter aufs Feld. Ich werd bekloppt. Ich muss ihn, ich muss ihn killen. Wo ist er denn? Wo rennt der hin? Hey, ich hab ihn doch grad gesehen. Ist er weggeflogen oder was? Da war der Doktor, du hast den Doktor getötet, Alter. Ja, siehste, musste sein. Kannst doch nicht einfach den Doktor töten. Hat der irgendwas? Ich hör ein Auto. Oh nein. Der Baum beim Motorrad. Ja, ich weiß. Ist fast down, der Macker. Schmeckt die Granate, mein Freund. Der hat nur noch zwei HP oder sowas. Komm, zeig dich, Alter. Er hielt sich, Junge, ich saß dir. Warte, pass auf, Junge, geh doch nicht in den Säenbaum. Ich kann, ich hab kaum Energie. Ja, Junge, weggespringen, Alter. Nice, Alter. Ey, mit der Hieliger ist das geil. Junge, warte ich hier los. Okay, nehm mal den, nehm mal den Koffer da. Oh, nice, Mann. Ich hau mir die Drogen rein. Der hatte, hast du grad nen Schally gefunden? Der war für die, äh, willst du den haben? Der ist für die MP. Nein, 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 ich frag nur, weil das ist gut. Ich nehm mir die AKM, äh. Ja, ja. Ich nehm mir nur den Helm von dem. Boah, ich nehm mir die M4. Ja, nimm die mit, Cory da. Kein auf die Uzi. Boah, Alter, lässt die Uzi liegen, ey. Da nehm ich sie. Da nehm du die. Da ist noch ein Schall, der war drauf. Nice, Mann. Da war jetzt lustig, ne? Warum kann ich die Verbandscheiße nicht mitnehmen? Ich hab nicht mal nen Rucksack, Alter, die ganze Zeit. Hat der einen Helm? Ne. Oh, der war jetzt interessant, du. Das war ein Intermezzo, Alter. Manchmal macht das echt Spaß mit Granaten zu spielen. Oh, Cory, das hat richtig Spaß gemacht. Und ein Auto haben wir jetzt auch noch und ein Moped. Was machst du denn? Die Welt zu Füßen, Alter, ich sag's dir. Curry? Curry? Hallo? Was? Ne Intermezzo? Wann ist denn ein Intermezzo, Alter? Junge, lass mal Autofahrt, komm. Alles klar. Und wohin? Ich hatte grad wieder ein Leck, Alter. Ich bin bei mir die ganze Zeit nicht gelaufen. Fahr'n wir mal hier hin, komm. Alles klar, Alter. Wie viel haben wir jetzt schon? Vier insgesamt, ne? Nice, Mann. Ja, ich hab zwei. Alter, dann haben wir fünf. Nice. Wir sind die Banditen des Servers, Alter. hör' mal hier, wir reden, ihr wird entlang gerantert, ey. Raterraterraterrater Das ist ja sowas gefällt mir, wenn du schön hier in der Map kommst, dann sind da zwei Leute, die holst sie weg und dann machst du eine Ganatensfeile, guck mal, wie wir hier drin sitzen, aufschiebe was geile ist, was geile ist einfach, oh guck mal da oben ist Care Package, hin da komm, ja, baum, damit sehen wir grad die verfilmung von ET, fahr da oben, bist du dir sicher? go, okay, das wird unser ende Freunde, go go go, ich fahr da hoch, du gehst da hin und dann fahren wir weiter, ja, okay man, ich will das Auto mal rechts, rechts von nem Care Package bitte, rechts, nee, links, okay go, häng fest, nee, ist leer, alles klar, ciao, Junge, fahr, 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 das kommt von gerade aus, von hinten, ich hab keine Ahnung, fahr, von rechts, das kommt von rechts, ja, ja, komm, wir bringen den um, nee Junge, ich verpiss mir jetzt, kein Bock mehr hier, ich hab mir gerade in die Hose geschissen, du bist behindert im Kopf, an der Fahrt, die haben sich wahrscheinlich das Ding geholt und haben jetzt abgehebt, Alter, Geronimo, wobei das ja keine AKM war oder so, äh, keine Sniper war oder sowas, womit er geschossen hat, was machst du hier, Alter, ich trifft die entlang, Alter, Junge, in Tokio trifft, lass mal hier gluten, wir sind da, wir noch, kennst du noch die Dinos, Alter, das ist sicher, hä, der Klaaar, 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 was ist denn da los, hast du wieder zu viel, ja, AKM, boah, nice, ja, nice, okay, wenn du uns langsam wieder beruhigst, gehen wir wieder in den Fokusmodus, wenn du ein erweitertes Magazin findest, sagst Bescheid, ne, Fokusmodus, 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 hast gehört man, ja, ja, sag ich Bescheid, geil, hast du nicht schon eins, ne, ne, nicht für die, ne, da rollt einfach eine Red Bull da, ey, keine Produktplatzierung, ja, das ist doch deine Red Bull, nein, da steht Hubbull, Hubbull, ja, eben, ist doch was ganz anderes, ey, das stimmt, sorry, ey, da kennst du nicht, brauchst du eigentlich einen Griff, ne, hab ich schon, danke, bitte, lass die Tür einfach offen, das macht man so heutzutage, verfolgen uns bestimmt jetzt mal, ich sag's dir, boah, lass die kommen, Alter, wir machen die Rotze weg, ich muss aber sagen, also, ich find schon, ist jetzt kein Eigenlob stinkt und so, aber ich find aber schon, dass wir schon besser geworden sind, auf jeden kommt, Curry, oh, guck mal, ich sag, erweitert das Magazin und hier liegt ein erweitertes Schnellwechselmagazin, wenn du noch ein Täschchen findest oder so, ne, da brauchst du ein Täschchen, Koffer, oh, dann kommst du eigentlich genau über uns rüber, Alter, alles, lol, das kommt genau hier runter, ne, wo, ohne Scheiß, hier oben, direkt über uns, heidewitziger Mutter Theresa, lass das abämmen, lass das einfach abämmen, Alter, weil, Junge, du, hier oben hast direkt Fenster, ne, du kannst einfach drauf gucken, ja, eben, wir haben direkt Fenster, wir können direkt das Dach abbauen, Alter, Junge, jetzt sind 80 Kills, Alter, die gehören an uns, 80, ich spiel'n 47 Leute noch drauf, immer 80 Kills, ey, dann wird's ja verdoppelt, wo ist das Ding, Alter, okay, ich hoffe, wir sehen den jetzt noch, ich hoffe, der landet nicht in seinem Haus oder so, nein, 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 dann gehen wir in das Rote hier, wo ist das hier, ach so, geh mal aber vor in das Haus, weil wir, wenn du, wenn du jetzt, wenn, stell dir vor, die sitzen dahinter, dann kannst du nicht schießen, dann muss ich einen anderen Winkel haben, ja, geh in das Linke lieber, wo ist das Ding denn, da, rechts vom Haus kommt das runter, okay, im Nordwesten, ich hol mir den Inhalt, ja, 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 hol den Inhalt, und dann verpiss dich da, ich hab nur ne Scheiß Uzi, da kommt schon ein Auto, okay, lass, komm, lass, aufs Auto schießen, wenn's kommt, direkt aufs Auto ballern, mit voller Wucht, jetzt go, nice, nice, hier, das Auto leider noch nicht, fahren weiter, nein, fahrst du nicht, der ist ausgestiegen, der Macker, Auto climbt, ja, ja, sicher, ist aber keiner gestorben, geht der ist vorsichtig, vorsichtig, der geht nach, der geht hinten weg, AWM, weder nicht mehr, ja, siehst du den noch, nein, hier verpiss dich da von der Kiste, warte, ich guck da, wo er ist, der muss hier langkriechen, Alter, warte, ich, ich, ich nehm ne höhere Position, ich geh den Hügel hoch, ich hab ne AWM, oh, oh, geh in Deckung, geh in Deckung, schaff ich nicht mehr, doch, schaff ich, doch, 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 geh in Deckung, bleib in Deckung jetzt, ich kann ihn nicht, ah, er ist bei der Kiste, er ist bei der Kiste, er sitzt jetzt grad bei der Kiste, okay, ist tot, tot, nice, man, super, super, okay, ich hab ne AWM mit 15, fast Scope, alter, schön, Junge, schön, 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 nice, man, gut gemacht, okay, wir können noch warten, die raucht noch, nicht mehr, smoke noch, okay, alles klar, ähm, wollen wir den looten gehen, oder du? Ja, ich bin grad bei ihm, warte, ich guck, ich bringe was mit, wenn du was brauchst, alles klar, ich bleib mal hier auf dem Bauch, ich bleib mal hier auf dem Hügel, gut gemacht, alter, der entscheidet einfach für die, Dings, geil, ich bin jetzt zweifach Scooter, äh, Scooter, ne, die brauch ich nicht, ich hab beides Fieri, okay, jetzt hab ich hier einen zweifach Scooter mitgebracht, und zweifach Scooter, alter, äh, äh, alter, ich hab 15-fach Scope für die AWM, alles klar, bin ich fast sogar schon zu krass, aber nehm mit, ey, ja, 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 aber so mäßig, scheiße, halt, der mag er nicht, aber deswegen ist auch dahinter fahren, das war bestimmt der Freund von dem, von dem Haus, alter, boah, das wär krass, echt krass, ne, klein ist die Welt, guck mal zu, die Hochcurry, wollen wir nicht mit dem Auto weiter, ja, oder so, ich hab jetzt ein Scum mit Charlie und die AWM, Mann, jawoll, brauchst du irgendwas, ich kann den zweifach Scooter geben, oder sowas, ne, ich hab beides Fieri, Müllungsfeuer Dämpfer, brauchst du das, ja, kann ich mal drauf tun, alter, ich kann ja, ja, Junge, mit dem Scope ist ja voll übertrieben, Junge, hier, guck mal, Curry, zack, aber nicht immer hier mit, weil, wenn du Nahkampf hast, dann kannst du switchen auf den Zweier, mach lieber, ja, 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 nehm mal hier drauf, äh, wieviel Schmerzmittel und so hast du, nehm mal noch hier das hier einmal, zwei Schmerzmittel, zehn Verband, ja, die spielen da gerade, ja, immer, den Tennisball, den brauch ich, eh, oh, okay, wir, wo ist ein Zonending, wir können auch kurz ein bisschen hier warten, ne, ja, ja, wir können auf jeden Fall noch warten, ich geh mal da in die Scheune hier oben, ich kann mal mit 15 Fahrscope mal gucken, guck mal ein bisschen, Junge, das ist ja voll übertrieben, weil ich will ja ja erneut mal zur Kiste hin, wenn er zufällig da vorbei rennt, weißt du, das wär nice, Mann, Ah, ich kann dich hier von dir aus gar nicht sehen, krass, Alter, wie krass das Visier denn, Junge, ich kann bis zu dem anderen Haus da hinten gucken, Junge, du kannst mir an die Mandeln gucken, eh, an die Mandeln drin, Allah, so, die Zone kommt noch, wir können doch eh noch abwarten, hatte ich ja was? Ah, ne, voll, dachte ich gerade auch, dachte ich gerade auch, Alter, das Scope ist ja unnormal. Ey, wenn ich damit einen kille, dann fress ich einen Besen, das ist zu krass. Einfach schön Headshot, zack, weg vom Fenster. Aber das ist so weit, da hinten laden die Texturen schon gar nicht mehr von dem Haus. Ja gut, du musst ja nicht da Leute jetzt irgendwie auch auf acht Kilometer töten. Äh, hier hinten bei den gelben Häusern steht ein Buggy, aber ich weiß nicht, ob der Buggy da geparkt ist. So, ne, der stand da vorhin schon, ja, ich glaub, der ist gespawnt. Okay. Zumindest kam da keine Reaktion, als wir vorhin rumgeballert haben. Mhm. Okay, Schüsse oben am Berg. Äh, Nordosten. Okay, Zone. Nice, wir sind noch drin. Wir sind noch drin, lass mal warten. Na eh, unsere Position, wir haben unsere Ausrüstung. Ja, wir haben echt einen mega guten Dude, also. Ist in Ordnung. Haben wir gedacht, wie die Runde angefangen hat? Stille Leute. Dann waren wir mal hier, ne? Vielleicht kriegen wir wieder Besuch hier. Ich guck ein bisschen Westen, Südwesten ungefähr. Mhm. Aber da ist es bisher noch ruhig. Aber da dürfte eigentlich auch keiner herkommen, weil die halt in die Zone reinlaufen, denk ich mal. Guck mal ein bisschen hier. Alter, da ist... Boah. Kann man da eigentlich auch auf das Gas setzen? Ja, sicher. Kann man eigentlich bei der AWM alles so dran machen? Keine Ahnung. Immer so Wangenpolster. Oha, guck euch diese Waffen an, Leute. Die AWM-Schütze hier. Wer ist bereit? Oh. Äh, Osten, am Stein ist jemand. Könntest du sehen, sogar der Schuppen da, wenn du den siehst. Da sind noch mehrere, da sind zwei. Genau, Osten? Ja, Osten, da ist ein Schuppen auf dem Berg. Wir sind beide an dem Schuppen. Laufen jetzt in Richtung gelbe Häuser. Ich seh. Was geht jetzt? Weiß ich gar nicht. Ja, den einen habe ich getroffen, der hat einen Gilly. Wir sind bei gelben Häuser und andere. Die laufen bei... Nice, Alter, nice. Okay, halt den fest, halt den fest. Aim weiter, aim weiter auf den drauf. Oder baller den weg, baller den weg, wenn du kannst. Okay, ist down. Der andere ist im gelben Haus, Curry. Er hat einen Gilly-Suit, hat einen Gilly-Suit. Ich hab's gesehen, ja. Ich hör's jetzt bei mir, Curry, hinter... Pass auf. Bei mir... Bei mir kommt einer hoch. Fuck, okay. Bei mir ist einer im Haus. Ja, die kommen hoch. Einer hab ich. Geh zurück, geh zurück. 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 Beide tot. Junge, was machst du denn da oben, Alter? Junge, ey, was war das? Warte, das war knapp, ey. Holy Shit. Boah. Boah. Ähm, okay. Okay. Okay, Moni. Schön. Der falsch angelegt, Alter. Achtfachsucher, nice. Hier nehm ich auch mit. Ja, nice. Junge, wer rasiert hier richtig, Alter? Oh, geil. Ich hab mal ne Red Dot mit. Wir müssen aber den im gelben Haus bei, äh, 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 äh. Muss mal eben da hingucken. Hast du ne Pfanne, Alter? Ich hab noch kaum grüne Munition, sehe ich gerade. Hat der irgendwas? Ich kann dir gleich was geben. Ich hab nur noch 5 Schuss, äh, 4 Schuss. Äh, ja, warte. Ich geb dir ein bisschen was. Ich hab halt auch nicht viel. Die 30. Okay. Fuck, Alter, dafür brauchen wir mehr. Aber ich guck noch mal. So ist der Pisser. Ja, der ist halt... Ja, der muss zu uns, kommen gleich die Zone, ne? Echt? Ist das schon außerhalb der Zone? Ja? Okay. Ja, gut, das eine Haus nicht. Änders mal kurz ab. Ich guck mal. Hat der andere auch vielleicht grüne Muni? Ja, wir können halt den, den da vorne noch looten, den du gekillt hast, ne? Ja, aber der liegt so offen da, Alter. Das würde ich nicht machen. Da hat der Gilly Suit, Mann, ja, direkt. Ah, ich werd... Ah, scheiße, Mann. Ich brauch mehr Muni. Okay, abwarten. Okay, aber ich dachte, jetzt ist echt vorbei, ne? Ja. War knapp, ey. Aber du hast die Uzi gehabt, das war gut. Nee. Scar, Junge. Ach so, Scar, ja. Scar und Schalter im Auto. Scar ist eh geil. Ja, da sind es einfach sechs jetzt, ne? Insgesamt haben wir beide jetzt neun. Ne, warte mal, zehn. Du hast vier jetzt, ne? Ne, drei. Okay. Boah, Alter, die AWM ist aber auch krass. Okay, das Gute ist, wir haben hier direkt wieder ein Auto dran. Ja. Schuck du mal in die Richtung, ich geh mal so langsam... Ja, ja. Aber ich glaub nicht, dass der da ist noch. Ja, ich glaub ich auch nicht. Okay, die Zone kommt. Wir müssen... Okay, wir müssen gleich los. Ja. Let's go. Ja, wir müssen den Harry da looten. Ne, ich brauch unbedingt... Ich hab... Das schaff ich im Endkampf nicht, Curry. Ja, lass uns dann im Auto hinfahren. Ähm... Oder warte mal, hatte der nicht noch Muni dafür? Da kommt ein Auto dahinten. Aber es fährt geradeaus weiter. Oh, ne, der hat auch nur... Fuck, Alter. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Haben wir alle Häuser hier schon durch? Denke. Hier lass uns jetzt so blau fahren direkt. Ja, sofort. Gib mir eine Sekunde, ich guck noch in das kleine hier. Äh... In Notfall muss ich die Waffe wechseln, aber das will ich eigentlich nicht. Äh... Alter, nur 30 Schuss oder so. Komm, irgendwas... Ne. Egal. Wir werden's schon mal finden. Warte denn? Moins, go. Ja, fahr du mal bitte. Äh... War fast... Wir haben fast kein Benzin mehr. Ah shit, warte mal. In der Scheune war noch was. Na, hol mal. Ja. Und hinten war ein Buggy, ne? Ja, aber in der Scheune haben wir noch. Das ist alles gut. Aber mit 30 Schuss Curry komm ich nie weit, Alter. Das ist wichtig. Ja, soll ich machen? Ich hab auch nicht viel mehr. Ihr müsst den Hannes da hinten eigentlich noch looten. Aber das schaffen wir noch 14 Sekunden. 15... Nee, scheiße. Machst du viel Schaden jetzt. Hast du gefunden? Äh... Nice. Wollen wir auftanken? Tank auf, die Mühle. Okay, und zack. Oh Gott, da vorne ist wieder ein Care Package gedroppt. Das gibt's doch nicht, ey. Gerade aus. Genau da, wo wir hinwollen. Ich seh's nicht. Ach da. Hügel. Ja, willst du das probieren? Nee, ich will eigentlich nur... Ich will nur da in die Richtung. Können versuchen hier hinzugehen. Oder? Ah, blau. Ja, blau ist geil, Mann. Ja. Alter, es sind zwei nebeneinander. Alter, what the fuck, Mann. Oh. Holy shit, Junge. Holy shit, was ist da denn los, Alter? Kannst es natürlich probieren, ne? Okay, lass es lieber. Fahren wir jetzt hier hin zu den Neusern, ne? Ja, ja, ja. Auffass'n. Wir müssen hier rein, wir müssen hier direkt rein. Oh, da ist ein Jeep direkt davor, vorm Haus. Hier sind welche drin, hundertprozentig. Die ist sauber. Alter, hier stand ein Jeep direkt vorm Haus, Alter. Oh, 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 oh. Hab einen, der war direkt tot. Okay, nice. Vielleicht war der beim Care Package. Ah, nee. Ich muss auf die AKM wechseln, Alter. Das bringt nichts. Ich hab kaum eine Muni. Scheiße. Oh, äh, Norden, 15 Grad, oben am Hügel. Okay, wie weit? Nee, direkt close, close. Der ist, äh, oben am Hügel, am Baum. Okay, warte. Ich muss ganz kurz meine Waffe hier... Der hat eine K-Curry, ne? Ja, aber ich kann grad da nicht hin. Wie gesagt, 15 Grad, ne? Ich bin sofort... Ich muss hier kurz meine Waffe anpassen. Ich hab so viel Scheiß hier drin, Mann. Okay. Der hat meine Bude unter Brand gesetzt. Okay. Der hat geschossen. Ja. Komm rein. Wie gesagt, 15 Grad noch, ne? Das war nicht der... 15. Okay, also oben, ne? Den sehe ich nicht mehr. Der ist da irgendwo in der Einbuchtung. Den müssen wir zuerst holen. Kann man den von dir aus sehen? Nee. Also hier, wo ich hingucke, ist der, ne? Ja, irgendwo da oben am Hügel, ja. Von rechts, von, von Osten kamen auch noch Schüsse. Oh, hier ist ganz nah einer. Der ist direkt hier am Autofrack. Okay. Weißt du den, oder was? Nee, ich hab ihn gesehen. Problem ist, wir müssen in die Zone. Ja. Könnten wir ins Nachbargelbe Haus gehen erst mal. Ja, aber wir sind direkt dran. Ja, der ist hier, der ist hier. Wo denn? Der ist irgendwo hier auf meiner Seite. Okay, der war geschossen. Was ist hier los, Alter? Bist du geschossen? Nee. Ja, auch. Von der Seite. Wir müssen aber jetzt zur Zone, das ist das Problem. Ja, da wird auch geschossen. Auf uns. Wir müssen da unten zum Haus runter. Geht nicht anders. Pass auf, der Macker ist irgendwo links hier, ne? Ja, ja, ja. Da ist er. Hab ihn. Okay, guck schnell, ob der Muni hat. Ich nehme mal in die Bude hier. Der hat grüne Muni. Ja, ich hab die Waffe nicht mehr. Okay, dann nehme ich die mit. Der hat die K, aber ich scheiß drauf. Ich nehme die Splitter Muni noch mit. Haus ist sauber. Okay, zack. Ich komm mit rein. Der Haus ist erstmal in Ordnung. Wir haben halt aus dem Südwesten haben wir noch Schüsse gehabt. Auf jeden Fall. Zone. Oh, oh, ist nice. Wenn wir Glück haben, können wir direkt aufs offene Feld gucken. Wo? Alter. Wo? Keine Ahnung von wo. Bist du drin oder draußen? Ich bin drin. Ich bin drin. Du kannst mich hier heilen. Hier kannst du mich auf jeden Fall heilen. Pass auf. Nicht im Fenster stehen. Da ist das Fenster nicht gut, wo du Wacker stehst. Komm mal hier hinten. Komm mal hier hinten. Nee, dann sieht er uns im Fenster. Bleibst du, bleibst du. Das muss in der Westen gewesen sein. Hast du mal zum Hallen? Ja, ja. Nimm mal lieber das die Kurier. Ganz schnell. Ah, ich hab den gesagt. Ich hab schon den L-Koffer. Okay. Okay. 16 Sekunden. Hab den Gilles Juppmann gesehen? Schaffst du das? Ja. Hab ihn allen gegeben. Okay, ist toll. Okay, wo hast du den gesehen? Welche Richtung? Äh, SE. Hat der gekrochen? Ja. Ne, ich glaub dann hab ich den auch. Okay, wir müssen raus Dennis. Fuck. Auto. Buggy vor uns, ja. Mit dem Felsen hinlegen. Gießen auf uns. Ja, ist doch egal. Lass mich mal dahin kurz, ich hab die AWM. Ja, du musst aufpassen. Der hat den SKS, ne? Nice. Ausgenockt. Wow. Oh. Alter, der Dekal. Komm her, komm her. Der SKS, mit der SKS hat er mich weggeballert. Der ist irgendwo da im Busch, da müssen wir aufpassen. Naja. Ich hab noch nen Koffer. Der ist am Buggy. Ich seh ihn nicht. Rechts am Busch hat er sich hingelegt. Ah, hinterm Buggy hat er den, glaub ich, hochgeholt, ja. Hinterm Buggy ist er noch. Pass auf. Ich kann den ja immer schießen mit der SKS nicht sehen. Aber das geile ist Curry, die müssen zu uns kommen, kann das? Oh, pass auf, Alter, pass auf. Wo sitzt der Mager denn? Ich kann ihn nicht sehen. Aber die müssen zu uns, ne? Ja sicher, Alter, wir sind in der Zone, Junge. Ja eben. Ich hab keinen Koffer mehr, fuck. Ich hab gar nichts mehr, das ist das Problem. Ich falle an mir noch Verband rein. Hast du die im Blick, die Richtung? Pass auf, Dennis, ne? Der SKS, also wenn er sich... Der rennt weiter nach rechts, äh, rechts 150 Grad. Links wie gesagt noch einer am Buggy. Und rechts einer. Ja. Wir laufen jetzt in die Zone. Da ist noch einer. Da ist noch einer im Feld. Ja, ja. Okay. Ich... Noch einer, ich hab mal nen Rekord gebrochen. Ich weiß noch, dein Rekord, Alter. Junge, wir sind in der Zone. Alles ist gut. Wo ist der andere? Und schießt du Curry, sag mir bitte wohin du schießt. Noch einen, hab ich, hab ihn. Nein, wo ist der andere? Keine Ahnung. Okay, chill, 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 chill. Hast du irgendwas zum Boosten? Ja, ich bin auch, ich bin komplett am Heelen gerade. Geh ganz ruhig. Der muss zu uns kommen, das ist das Ding. Wir haben eigentlich... Also du bist in der Zone, ja. Ja, ja. Du musst irgendwo da kriechen, Alter. Ich sag's dir. Ja, 100 pro. Weißt du das? Ja, ja. Ich weiß nicht, wo der ist, dass das Ding... Ich würde irgendwo tippen, hier Südosten vielleicht. Okay, letzte Zone, Alter. Fünf Minuten haben wir jetzt, bis die Zone ganz klein wird. Ja. Okay. Muss die irgendwo sein, da vorne in den Büschen vor uns, Dennis. Irgendwo muss das sein. Machst du das? Ich schmeiß gar fünf Granaten. Der muss irgendwo da im Feld gammeln, Alter. Oder er liegt hinter dir. Nee, das kann nicht sein. Ey, wo ist der denn? Ey, wo ist der denn? Ja! 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 Ja, Mann! Nice, 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 nice. Sauber, Alter. Schönes Ding, Junge. Geiles Match-Lennos, Alter. Oh, wie viel hast du geholt? Sechs. Ja, Junge, wir haben 16 Leute ausradiert, Alter. Ist das geil, Alter? Nice. Oh, Mann. Mit der AWM noch hier rasiert, alles. Ey, krasse Runde, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein dickes Stolbchen da. Und wir sehen uns dann wieder an der nächste Woche. Präsentiert von Vitamalz. Und anderen schönen Getränken. Und Coca-Cola, lecker.